Hi Chicken Boys, Chicken Girls, war es gedacht zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Chicken Games mit Rayan und zwar wieder Let's Play A Way Out. Im letzten Bad haben wir Leos Vergangenheit erfahren und sind jetzt auf der Suche nach seiner Familie. Und haben eine sehr krasse Bohnsfahrt gemacht. Ja, schaut ihr euch auf jeden Fall an. Jetzt sind wir auf der Suche nach seiner Familie. Wir haben Alex schon gesichtet, beziehungsweise ich. Du warst am Baseball spielen. Und jetzt, los geht's. Was ist das? Scheiße Was ist das? Ja. 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 Okay. Normal. Das nennt man Liebe. Unzertrennlich. Junge, die Polizei-Autos sind so alte Autos, ne? Die haben so komische Sachen. Mhm. Ob wir da oben waren? Oh. Hexen. Schaut die Kommentare, wenn es gerade von 1 bis 10 wie schön sie ist. Schau! 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 Hey Alex! Hey Alex! Hey buddy! Hey Alex! He's so angry with me. warum denke ich jetzt die ganze zeit an dieses schlimme sache im wohnwagen was die da getrieben haben gefühlt ich will kann ich mit ihr kommen und sprich mal ein bisschen mit ihr flirte mit ihr oder so mich juckt das den scheiß hey hey that's a really nice bike thanks 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 so so a while i guess so uh this is a happy shaggy 57 right actually this is a 59 nice a 59 it's really a beautiful bike thanks this is a great day hey i could use your help you get something for me also sollte ich doch fangen mit mir ich will helfen ja i do grab me a wrench from the shadow over there please absolutely man was machst du da red um mit deinem Sohn ja ich habe Angst dass ich irgendwas verpasst ich will alles sehen hey alex leave me alone mit aus dem fenster kliptern braubkassiert würde ich ja mal sagen hä echt ob er jetzt abhaut ich kann übrigens da spielen Junge er kann doch nichts dafür dass dein vater hetero ok sachen passiert was ja zum baumau ach er geht zu seinem baun baun bau bau ja genau baun haus was soll ich holen hä ach so du hast dort gespielt kann ich ihn so irgendwie suchen wenn ich kann nur dich dann aber da ist das baum aus roterad fahren ach so scheiße das mache ich dann und du sagst ich habe keine drück skills weißt du noch bei diesem wand hochklettern zeug ich hab drückt ich muss auf dich warten ey warum bin ich so behindert Junge wie schlecht bist du du glaubst dann ja nicht hä hä was passiert der gerade bei mir du musst doch drücken im richtigen Moment mach ich doch im richtigen Moment hä wie ist die los hä da bist du da bist du da siehst du schluss warum ich drücke wenn diese scheiße was du musst mir immer helfen Trophäe erhalten Aushilfsmechaniker Junge du bekommst alle Trophäen aber ich nicht nur wenn du es ich kann jetzt nicht helfen mein Sohn ist oben ich muss mit ihm reden ok ich hefte dann kurz ich weiß warum ich das nicht nein du musst du nicht helfen du hast du kaputt warte ich muss auch machen ich muss mir ein anderer controller warte ich mir warum ich so das ist mein controller wechseln alter oh this sign is beautiful Alex you should come down and see it oh 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 junge sein so reihan du kennst dich aus mit ich hätte zu ihm passen sollen jetzt hast du ihn hallo redest du noch was ich zu dir geworfen sein faktor soll ihn halten ja okay wir müssen gleich zu einer gewissen wo So mit X ist werfen. 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 von henry danger ich glaube wir werden junge was ist das so eine baustelle ja eine riesengroße die boden eine komplette stadt gefühlt was ich konnte noch was ich suche jemanden arm rücken ich muss uns kommen ja komm kommt zu mir wir wachen bei der Arm drücken ja ja was wie ich krieg's nicht hin hä was soll ich drücken 3 2 1 ach du sagst ich guck nicht auf den Wildschirm mach mach oh was hab ich denn gemacht uuuuuh jura soll ich komm mit der Kamera scheiße nein ich hab mein Finger du bist es jungen ich hab mir einen Daumen gemacht was ist schnitt oooooohhhhhh was schnitt dir mein Arm nochmal nochmal okay okay nachdem ich Hadid anbrücken rasiert habe würde ich es ja sagen es war's nächste Folge Band gesehen wie wir The Way suchen und mit ihm ein paar Sachen anstehen werden